meine damen meine herren hallo youtube der onkel ist wieder da einen wunderschönen guten tag heute migi 94 grüße an dich dein video hat er sich gewünscht migi 94 hat sich planting plus ein video über planting plus gewünscht das ist eine mod von nexus mods zum thema wahlheim oder zum spiel wahlheim und was die kann was sie nicht kann warum ihr die haben solltet oder auch nicht weil ich euch direkt nach dem intro viel spaß hallo youtube mein name ist daniel und hier auf meinem kanal findet ihr die zusammenfassung einer twitch livestream dann tipps rund um meine lieblingsspiele aktuell ist es immer noch das spiel wahlheim ich will das immer noch wahnsinnig gerne und es gibt neben dem normalen spiel so wie es die entwickler vorgesehen haben mittlerweile jede menge mods heißt kleine zusatzprogramme die man installieren kann um das spiel ein bisschen abzuändern und auf seine bedürfnisse zuzuschneiden ich denke mittlerweile wenn man im singleplayer spielt und das spiel komplett durch hat alle für alle bosse gelegt hat dies bis jetzt legen gibt und man will vielleicht ein bisschen bauen oder man will andere sachen ausprobieren dann sind mods wirklich eine tolle möglichkeit sein spiel nach seinen bedürfnissen anzupassen und so zu spielen wie man will so heute geht es um eine mod aus diesem potpourri der möglichkeiten und zwar planting plus und ich stelle ihr euch jetzt vor wurde gewünscht von einem user legen los ihr findet die mod planting plus bei nexus mods unter dem begriff wahlheim ich verlinkt sie euch unten in der beschreibung der einfachheit halber und die med die die mod die med ja die med das med kann folgendes nein die mod kann folgendes sie ermöglicht euch dass ihr sachen anpflanzen könnt ihr normalerweise nicht anpflanzen könnt pilze bisteln wollte bären ihr könnt bären büsche pflanzen und die auch ernten nachher und die sachen respawnen auch nach einer gewissen zeit und ihr könnt alle bäume anpflanzen ihr normalerweise im spiel nicht anpflanzen können eichen wirken die kiefern und uralte bäume und ihr könnt ihr auch fällen und ihr könnt die vor allem bei euch im biom anpflanzen was ja auch ganz cool ist so das kann die um planting plus um laufen zu bringen braucht ihr zusätzlich zu dieser mod auch das webin ex pack wahlheim dass ihr mit einem klick darauf dieser seite findet installiert das lest euch alles genau durch das ist diese grundvoraussetzung die ihr braucht für ganz ganz viele mods wenn ihr die installiert also webin ex wahlheim braucht ihr auf jeden fall dann wird auf der seite auch noch mal erklärt unter dieser unter dieser webin ex sache hier die description also was kann sie oder was könnt ihr damit machen und dann gibt es eine konfiguration und requirements hier ist noch mal webin ex wahlheim manuelle installation ihr könnt die datei einfach hier runterladen entweder manuell oder per vortex vortex ist der mod manager von nexus mods dazu gibt es noch mal ein separates video und ja installiert das wenn ihr fragen habt schreibt mir das gerne in die kommentare ich versuche so gut ich kann und ich zeige euch jetzt erst mal wie ihr die ganze mod zum laufen bringt und was die konfiguration bedeutet wenn ihr in eurem spiel seid dann könnt ihr euch euren garten anlegen ich habe jetzt einfach hier ein bisschen erde bewegt und am garten angelegt und ihr seht ich habe die sachen schon gepflanzt disteln löwenzahn blau blaue pilze gelbe pilze rote pilze molte beeren blaubeeren als busch und himbeeren als büsche und hier hinten noch ein paar rüben möhren habe ich jetzt keine angepflanzt ja das einzige was man nicht anpflanzen kann was nicht funktioniert ich habe es probiert ist gerste und flachs also ich konnte die vorhin anpflanzen jetzt geht es nicht mehr ich weiß nicht warum aber vorhin ging es gerste und flachs habe ich hier angepflanzt aber die sind halt nicht gewachsen so und ich kann das auch per konfiguration zumindest habe ich nichts gefunden dass ich es einstellen kann dass es funktioniert kleines manko vielleicht wird das noch nachträglich geregelt ich weiß es nicht oder ich bin einfach zu doof das zu aktivieren wenn ihr disteln löwenzahn pilze und so weiter aberntet habt ihr hier im inventar drin ganz normal und dann sind die erstmal verschwunden im gegensatz zu den büchen die büsche bleiben natürlich an die auch ganz normal ernten und die moltebeeren da hole ich nur die beeren aber die pflanzen bleiben bei den pilzen bei den disteln und bei dem löwenzahn ist es nicht so deshalb müsst ihr gucken dass wenn ihr die einmal geerntet habt dass ihr da nichts mehr drüber pflanzt weil die respawn also es kommen wieder neue pilze neue disteln und so weiter es dauert halt seine zeit und ist halt ähnlich wie bei den rüben die verschwinden dann da müsst ihr die rüben aber neu pflanzen und hier ist es so bei den an den pilzen disteln und löwenzahn die spawnen wieder gut ja so einfach ist es im grund genommen ihr braucht um einen bärenbusch zu pflanzen 10 himbeeren also nur für einen himbeer busch 10 himbeeren für einen blaubeer busch auch die zehn blaubeeren um den zu pflanzen nur um den zu pflanzen wenn die dann früchte tragen stoppen die eine beere ihr könnt das aber in der konfigurationsdatei anpassen an eure bedürfnisse wollt ihr dass der busch direkt was weiß ich 10 bären droppt dann sagte deine 10 ein und wie die konfigurations datei aussieht das zeige ich euch jetzt die datei findet ihr in eurem wahlheim ordner macht das einfach geht in steam in eure bibliothek rechtsklick auf das spiel wahlheim eigenschaften lokale dateien anzeigen und dann kommt ihr direkt hierhin dann seid ihr im ordner wahlheim und dann geht ihr in den webin app webin ex ordner sorry konfig und dann gibt es eine datei die heißt com punkt wie kies 93 punkt planting plus und konfig da mit rechtsklick einfach den ja dass das text aber allerdings programm eurer wahl wählen bei mir ist es notepad plus plus und dann habt ihr diese übersicht hier es ist alles in englisch aber es ist kein hexenwerk und ich erkläre euch kurz um was es geht die mod ist von haus aus aktiviert macht ja auch sinn es gibt dann mehrere sachen die einstellen könnt enable planting resources aber dann berries only allow resources to be placed in their respective biome wenn das wenn ich das hier mache dann bedeutet das im grund genommen dass ich jede ressource überall anpflanzen kann zum beispiel nehmen wir mal einen uralten baum uralte bäume wissen wir spawnen oder stehen nur im sumpf wenn das hier auf true stehen würde enforce biomes wenn ich das auf true stelle dann wäre es nur möglich uralte bäume auch im sumpf setzen also zusätzlich noch zu denen die da sind lass das aber fails bedeutet ich kann einen uralten baum auch bei mir zu hause in meiner base setzen und der wächst dann auch ich kann den auch da fällen so dann können wir so sachen einstellen wie zum beispiel ich habe es gerade gezeigt ihr braucht normalerweise zehn himbeeren um einen busch pflanzen zu können hier könnt ihr auch einstellen hier zum beispiel könnt ihr einstellen wie viel wie viel bären braucht ihr wirklich wollt ihr nur fünf oder wollte nur einen nehmen damit ihr einen busch pflanzen könnt und 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 das könnt ihr hier einstellen dann könnt ihr einstellen wie viel nachher auch spawnen ich muss gerade gucken hier ist die zeit die die büsche brauchen oder die bäume brauchen zum wagen also die die büsche brauchen zum respawnen damit die wieder neue bären stoppen ihr könnt ihr die zeit einstellen wie lange die bäume brauchen um zu wachsen vom sampling zum baum all das könnt ihr hier einstellen und durch dessen ruhe an stellt euch das ein wie ihr das braucht hier ist zum beispiel number of blue mushrooms pickable blue mushroom spawner will spawn das heißt wenn ihr einen blauen pilz zum beispiel angepflanzt habt und wollt den dann ernten wie viele ihr könnt ihr einstellen wie viele hilfe ihr daraus bekommt es ist von haus aus einer eingestellt ihr pflanzt einen und bekommt ein ob das sinn macht oder nicht ist die entscheiden ich würde jetzt sagen okay ich pflanze ein bekomme aber drei wieder raus oder wenn der hier alles einstellen das ist schon das ganze hexenwerk am ende einfach speichern und zu machen und gut ist hier ist die datei dann startet ihr euer spiel neu und habt dann die einstellung die europa die einstellung die ihr vorgenommen habt habt ihr dann und so sollte das ganze funktionieren das ist wirklich eine schöne sache es dauert seine zeit bis die sachen wieder respawn wie im spiel auch immer wenn ihr nur wenn ihr irgendwo rumlauft und normalen bush abernte dauert das ja auch seine zeit und so ist es auch in eurem kleinen garten den ihr nach eurem wünschen pflanzen könnt das war schon viel spaß damit wenn euch das video gefallen hat gibt dem video gerne einen like daumen nach oben abonniert den kanal und aktiviert die glocke damit ihr keine videos mehr verpasst wenn ihr das alles mal live in action erleben wollt dann dürft ihr mich gerne auch mal auf twitch besuchen twitch.tv onkel eifel und da gibt es dann die live streams da dürft ihr mich auch gerne mit fragen löchern tipps und tricks und vielleicht spielen wir mal eine runde zusammen also macht liebe